Hallo Guten Tag Moin Moin, was geht? Alles gut bei euch? Ja, alles super Ja, auch alles gut Das freut mich. Wo wollt ihr hin? Let's go, lass mal Sleepy Aber das hinten hat noch eure Wie alt seid ihr? 16 Du? 22 Kohl, du bist da? Ja, aber Ja, okay Und wie lange spiel ich in Fortnite? 2 Zu lange Zu lange, Digga, ich hab gar gemochen auf sein Leben, Digga Ehrgesagt auf das Spiel Es lässt mich nicht mal meine Grafikeinstellungen ändern Oh, das heißt, das spielst du auf PC, oder was? Nein Auf PS4 Dann könnt ihr trotzdem Grünblindheit und so anmachen, ne? Ja, normal, Digga Das hatte ich immer an Auf Stärke 10 Das hat sich irgendwie zurückgesetzt Und jetzt kann ich das nicht mehr zurück ändern Ne, geht Nina, oder was? Nö, ich kann nichts mehr anmachen Verdamm Cara meint, ja, es ist Es ist normal Nein, ich hab gesagt, sie stellt sich an Ja, nee Ist das deine Freundin, oder was? Ganz klar Freundschaft plus? Ne Aber ihr kennt euch in real life, ne? Auch nicht? Nein E-girl Ich hab ihn... Gestern? War das gestern? Oder vorgestern? Okay, gestern Sorry, du Model Vorgestern Ich weiß das hier schon, musst du mir nicht sagen Vorgestern Zwar vorgestern Bist du also so ein E-girl? Ähm, was... Kommt drauf an, was du unter E-girl verstehst Okay, Mann Ein Mädchen, dass du den ganzen Tag eigentlich nur vorm PC sitzt Dann ja Oder so Einfach nur, um das Lama zu bekommen Mein Lama Ne Du wirst es mir nicht schaffen, dass du töten Doch Oh Mhm, so wie letzt Geh da weg aus der Tür, du Vetter Oha Das hat jetzt meine Gefühle verletzt Rip Bozo Bozo Geh da fröhlich Ich hab alles bekommen vom Lama, also von dem her, ich bin glücklich Das Beste, was ein Invert haben, kannst du ein MPs, mach einfach alles voll damit Das ist die neue Meter Ich spiel keine MPs Ich spiel auch nicht Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Lüge ist Ich spiel fast nie MPs Ja Ich auch nicht Wie ist das sonst letztens in der Runde, da hattest du nicht mal ne AR, weil du nur mit SMG gespielt hast Okay, dann carry du doch mal Ist das mein Baygame? Nein Du bist schon ein bisschen zwischen euch Ja, ja, wollte ich euch grad sagen Ja, ja, ja Guck mal, wie unangenehm Wie unangenehm Wie unangenehm Oh Mann, ey, das ist so geil, Dig Wahrscheinlich schon Instagram ausgetauscht, schon die Pics gesendet Ja, die sind 10er, Digga, die haben das gemacht, Digga Die sind 10er, Digga Nummer Nein Ja, aber die Betonung liegt auf noch nicht, ne? Ja Du hast die Hieronie, der gerade ernst hat mich raus gehört Ich hab's in deiner Stimme gehört Das war Sarkasmus Es war so harter Cas... Karkas... Karkasmos, genau Jokes Sarkasmus Kartoschka Du bist auch deine Kartoschka Du bist deine Kartoschka Kartoschka, also Russen oder was? Kartosch, Polen Russen Uiuiuiuiuiuiuiui, der ist Reddack Shit, der haut ab Oh man, bleib hier! Da kommen aber noch spacesen Er ist cracked, er hat 1 AP Er ist.. der hat 36 wide. Da kommen aber noch Porque Der 36 wide nochmal Der ist echt schlecht ne? Ey he dropst seine Krone! noch zwei da liegen vier kronen oder so hier 400 schuss ich habe doch keine klare oder chiara oder wie wir haben gar kein bock mehr kann ich komplett verstehen ich war vor zwei tagen im monte stream daher um ein goldiger du kamst mir so bekannt vor fast nein 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 ja moin ich bin klein blitz zwerg jetzt weiß ich auch warum kara jetzt befreundet ist mit dem ich bin ich habe mehr follower als er ich habe einen mit 300 dafür kriegen wir ja habe ich ein video das hat mehr aufrufe als alle deine videos zusammen das war wirklich wende ja es ist irgendwie nachts eigentlich sollte die komische da online kommen aber die wollte nicht ja jetzt aufstehen sollen er ist auch ein motto jetzt auch ein motto gespielt ich habe gesagt wenn du so wenn du schon stocks dann folgt dann folgen doch das mein echter name ist ach so ja wegen freddy weil die das nicht geglaubt haben freddy busborn ja freddy busborn oder freddy busborn oder freddy krüger oder hat er die frau denn ich hab kein flu life hab ein hab ein hab ein hat der mal ein flu life 25 ich hab die dacke jeetet hast du flu life naja ich hab viel ins gedacht wir werden gestrayt digga von hinten mann du bist ein buzzer er hat drei sngs what the fuck haben wir eine box oder ist einfach nur der gott im nachladen der hat einfach dingster ne der rebooted einfach so auf botzweif basis ab hier kommt raus meißen bei den mails solltet ihr mich abschießen ab ihn ab ihn von konnen digga willst du jetzt gewinnen easy upload ja upload natürlich nur wenn ihr es wollt youtube wieviel vor da hat er 600 30 wo bei der blauen markierung er tanzt er tötet dich gleich safe nein 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 ich glaub er tötet mich gleich ich sag so wie es ist ich sag dir das ist so ein fake no skin oh no gut angeschossen bei dir ist es ein no skin weil sonst würde ich ja nicht als no skin sehen nein das war ein harley 5 skin ich schau aber dir zu warum sehe ich ihn bei ihm als harley quinn skin und bei dir nicht weiß ich nicht oh mein gott es brennt ja oh mein gott da hast du keinen smg der ist in wo der ist in wo da hab ihn hab ihn ich dachte du hast keinen smg ne ich hab keiner oh komm hinter uns hinter uns hinter uns oh guck das kann ja was werden der pro player ich hab gar nichts gesehen digga ey wieso hälsch mich doppelt ja ok hälsch mich doppelt Ey, Seko oder wie heißt so? Kekko? Keep smiling AD, Alter. 10, 9, 8, 7, 6. Keep smiling AD. Ist 100% nützlich. Hallo? Hallo? Wieso hören wir uns darüber? Ja, das Problem, Mathilde, ist halt einfach, die random Swords gehen halt voll kurz, weil die Leute denken immer, die sind so krass, aber das ist halt gleich rum ums Eck. Hä, Digga, redet der jetzt oder redet der jetzt nicht, Digga? Ich blick's halt, ich check's halt nicht, Digga. Ey, Digga, was sind das für Keks, Digga? Oh Gott. Es ist Marcel. Oh ne, schon wieder der Kekko, Digga. Hä? Oh mein Gott. Digga, sag mal, lass mal reingehen und sag so, so schnell sieht man sich wieder. So schnell sieht man sich wieder. Ey, Kekko, so schnell sieht man sich wieder. Joko, du hast immer noch dein scheiß Headset nicht unter Kontrolle, oder was? Digga, wir hören uns immer noch doppelt, Digga. Ey, wir 134, bestimmt Battle Pass durchgekauft, aber Digga, kein gutes Headset, oder was? Lass direkt wieder quitt den Scheiß drauf. Und da, sich Lass. Entspan induz. So schnell הוא drinnen. Patch zurückkehrt. Tय stretcher. threeillion. Los zwei in und runter. Los zwei. dicho Entscheid.